In der holländischen Ehredivisie ist das Spiel zwischen AZ Alkmaar und dem FC Utrecht schon vor der Pause entschieden. Doch Utrecht-Verteidiger Mike van der Hoorn sorgt noch einmal für einen Höhepunkt. Die Mitspieler können es nicht fassen. Selbst der Schiri scheint Trost zu spenden. Die abgefälschte Hereingabe fällt van der Hoorn sprichwörtlich auf den Fuß und dann wird es hektisch. Van der Hoorn übersieht, dass er im 5-Meter-Raum alle Zeit der Welt hat. Aber er gerät aus dem Gleichgewicht und schaufelt stattdessen den Ball ins eigene Tor. Das 4 zu 0 ist der Halbzeitstand. Am Ende gewinnt Alkmaar locker 6 zu 0.